Hallo! Ja, ich habe schon mit ihm geredet. Alles gut, mein Freund, alles gut! Boah, jetzt wird es gerade voll kalt. Ich glaube, ich muss da mal das Fenster zumachen. Aber erstmal schauen wir uns hier natürlich wieder um. Ja, ja. Oh, der Herr wird unfreundlicher. Irgendwie kommt mir das so vor, der wird unfreundlicher, seit wir seine Brüder getötet haben. Aber ich meine, der hat auch gesagt, okay, mach's. Hallo! Oh. Konvo, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Korvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz, das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Danmo Tower jeden noch verbliebenen, loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Korvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Es würde mich mal interessieren, ob ihr mir wirklich vertraut. Ich werde einen Vertrauensantrag stellen. Was haben wir denn hier? Der Dunwell Tower. Eingang, erster Stock, zweiter Stock. Ah ja, das ist ja, wow, aufschlussreich. So, der Tagebucheintrag. Der letzte wahrscheinlich, den wir zu lesen werden, den wir lesen können. Fünfter Eintrag. Herr Vlogs Tagebuch. Wie auch immer der mit Vornamen heißt, Martin, ist jetzt Oberaufseher. Er ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchstens zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass die Aufseher unsere Forderungen unterstützen werden, welche das auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich. Der Nordregent wird schon bald der scheußlichen Maske von Koro Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Da hege ich keinen Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Tja. Tja. Das liegt ganz in unserer Hand. Wo ist diese dämliche Rune? Ich höre sie! Ach so, über uns. Okay. Sie standen in einem Kreis um die Kerzen und ritten sich die Hände, um ihren Park zu besiegeln. Das Blut zischte, als es in die Flammen troffte. Okay. Ich will nicht wissen, was die hier für komische Dinge machen, wenn wir nicht da sind. Hier gibt es erstaunlich wenig. Was haben wir da? Ein Buch. Ah. Badet hier noch jemand? Nö. Das sind auch noch Bücher. Irgendwie, glaube ich, wurde diesmal nicht ganz so viel Neues dazu gelegt. Also, gar nicht so viel Neues einfach hier hinzu. Weil... Oh, guck mal doch hier. Ich glaube fast, wir nähern uns dem Ende. Weil wenn wir jetzt zum Dunwell Tower gehen, um den Nordregenten zu töten... Was soll da noch kommen? Kornus, gemächer, eine Rune! Anonyme Notiz. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde. Jedenfalls wir Boy-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan, also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu... Was? Ich habe das hier von einen meiner verschwiegenen Dienern zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Hm. Wir wissen also, von wem der Brief kam? Von einer der Boy-Schwestern, die uns dafür dankt, dass wir nicht alle getötet haben. Tatsächlich habe ich kurz darüber nachgedacht, aber ich dachte mir dann, nö. Wer soll dann unsere Geschichte erzählen, dass wir dort waren? So, Emily, meine Kleine. Kann man das aufsammeln? Nö. Sah so aus. Äh... Emily? Oh. Sollen eventuell wir das sein? Ich glaube, das sollen wir sein. Ratten. Tod. Wir mit der Maske, ganz schwarz gekleidet. Mit unserem Dolch. Das sind wir. Mal sehen, was dazu noch gesagt wurde. Ja. Ja, sage ich ihr. Aber du musst trotzdem lernen. Als Kaiserin hast du richtige Lehrer, einen für jedes Fach. Und viele Diener. Wird sie Spione haben? Ja, antworte ich. Ich denke schon. Und Ratgeber? Ja, du wirst sie kam zählen können. Sie will einen Konditor. Nun sage ich ihr, du wirst deine ganze Küche mit einer Armee von Köchen bekommen. Und natürlich fragt sie, ob sie jeden Tag Kuchen haben kann. Wenn du willst, meine junge Kaiserin. Und dann kichert sie immer. Manchmal wird sie sehr traurig, wenn sie sich erinnert. Sie denkt an ihre Mutter. Es ist ein halbes Jahr her. Und Emily scheint tapfer, doch manchmal höre ich sie weinen. Sie denkt, dass ich schlafe. Also Kalista versucht wirklich, ich glaube sie versucht ihr Bestes, Emily irgendwie darauf vorzubereiten, was noch auf sie zukommt. Aber ganz ehrlich, wie will sie das machen? Sie hat ihre Mutter verloren, auch wenn sie Kaiserin ist, macht sie das natürlich traurig. Hallo, ich heiße Kalista. Ich bin Emilys Lehrerin. Und das ist mein Lehrplan. Langweiliges Rechnen, langweilige Geschichte, langweilige Geografie, langweilig, langweilig, langweilig sieben Gebote. Warum können wir nichts über den Schwertkampf lernen? Über das Segeln? Über Monster? Ja, sie verhält sich nicht wie eine Kaiserin und ich glaube, das könnte eventuell ein Problem werden. Für uns natürlich nicht. Für mir ist das egal, wie sie sich verhält. Aber wenn ich das jetzt mal so weiterspinne in meinem Kopf, könnte es dann nicht eventuell sein, dass den Herrn Hevlog das nicht ganz so gefällt? Könnte es nicht eventuell sein, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich dem nicht so ganz vertraue. Aber könnte es nicht sein, dass er eventuell, naja, Emily vielleicht doch nicht den Thron überlassen wird. Sondern irgendwie, huch, wow, das nenne ich Maskel, dass er irgendwie versuchen wird ihr den Thron abzuluchsen. Ich weiß es natürlich nicht. Alles nur Vermutungen. Aber, naja, ich glaube nicht, dass er ganz so reine... Ähm... Warum ist das... Ach, ich dachte, schon ist es wieder zugeschlossen, wir haben den Schlüssel wieder verloren. Ich glaube nicht, dass Hevlog so edle Pläne hat, wie man vielleicht am Anfang vermutet hat. Er hat uns natürlich rausgeholfen, das ist keine Frage. Das war auch sehr nett, das ist auch keine Frage, aber... Ich vertraue dem Typen noch nicht so ganz. Er vertraut uns nicht, wir vertrauen ihm nicht, alles ist bestens. Oder halt auch nicht, je nachdem. Kann man da eigentlich oben rein? Soll es da rein teleportieren? Nö. Okay. Naja, wir werden mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Jetzt gucke ich mal noch, hier, gibt es hier irgendwas? Irgendwo ist doch da noch was. Wie kommen wir da hin? Wo ist denn das? Ach, hier oben. Essen und ein bisschen Geld. Das Geld nehme ich gerne an. Das Geld nehme ich gerne an. Ach, guck mal. Das ist kein Geld, das ist nur Anhänger-Dings. Bringt Geld. Ist gut. Wie! Lalalala. Lalalala. Ich finde den Doppelsprung voll cool. Ich frage mich nur, wie der das macht. So, Pietro, mein Freund, wo bist du denn? Ich würde gerne noch mal... Ist da oben? Ach, da. Hey. Ich habe noch ein bisschen Geld gefunden. Ja, pass auf. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, ich habe da nämlich noch ein bisschen Geld gefunden. Können wir uns noch... Die letzte Verbesserung ist echt schade, die hätte ich mir echt gerne noch leisten können. Aber gut. So, was kaufen wir uns denn jetzt? Wir haben davon einen. Den würde ich gerne mal austesten, aber... Es kostet auch so viel. Ich würde ja lieber... Ich glaube, ich investiere in Bolzen. Weil die Bolzen sind einfach mit unser bestes Objekt. Zweite Lösung. Das haben wir schon mal angeguckt. Nun gut. Samuel. Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Allerhöchste Zeit. Dunwall Tower. Die Rückkehr zum Tower. Es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lord Regenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiser angekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in den du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lord Regenten die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrewitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in den er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Wir werden keinen Alarm auslösen. Da wären wir, Korro. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschuss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Kein Problem. Das schaffen wir schon. Das wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn sie mich fragen. Kaumwo, wenn ich ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Ich verstehe, was du meinst. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit ihnen zu dienen. Es war mir eine Ehre, mit dir Boot zu fahren, mein Freund. Ich wünsche mir Glück. Hopps, hopps, hopps. So. Guten Tag, Herrschaften. Ich bin ein kleines Boot. So, was sagen denn hier die Missionshinweise? Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lord Regenten abzuschalten. Das werden wir machen. Definitiv werden wir das machen. Der ganze Müll, der von da aus verfreitet wird. Sind da oben keine Wachen? Oder werden die uns bis jetzt nur noch angezeigt? So. Da oben liegt schon jemand Totes. Warum? Ah, hier. Äh, hallo? Ah, jetzt. Hallo, feine Ratte. Oh. Oh. Ja, ich habe es gemerkt. Wir sind da irgendwo hängen geblieben. Also, Samuel, wir werden uns leider nicht mehr wiedersehen. Wir wurden eventuell ein bisschen zerhackt. Aber es muss ja gleich gespeichert haben. Also, wir waren ja auch noch nicht so weit. Wahrscheinlich müssen wir unsere Kletterpartie nochmal neu starten, aber okay. Hi, Samuel. Guck mal, da bin ich wieder. Das war so geplant. Ich wollte nochmal gucken, wie es ist, da zerquetscht zu werden. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Das war absolute Absicht. Das war die absolutste Absicht. Die absichtigste Absicht, die es überhaupt geben kann. Kommt man da auch so hoch? Nö. Ich frage mich, wie man hier hochkommen soll, wenn man so spielt, dass man keine Verbesserungen nimmt. Weil das gibt es ja durchaus auch. Dafür gibt es sogar ein... Ach, geht. Okay. Dafür gibt es ja sogar ein Achievement, dass man ohne Verbesserungen und so hier durchkommt. Aber wie will man das dann eigentlich schaffen? Also, in meinem Fall ist es definitiv nicht. Das weiß ich. Deswegen habe ich es gar nicht versucht. Weil ich weiß, dass ich das nicht könnte. Aber den Ratten weiche ich mal aus. War da gerade eine rote Ratte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Diese Ratte sah auf jeden Fall rot aus. Kann mich aber auch getäuscht haben. Hm. Da? Oh. Ich bin mir bestimmt wieder runter. Nein. Der Nordagent führt seine Geschäfte aus dem Schutzraum. Dort nimmt er auch alle Mahlzeiten zu sich. Er ist da oben? Auf dem Dach? Wird ihn da nicht schlecht? Er isst ja nicht während er über das Kalender schaut. Aber manchmal genießt er wohl die Aufsicht von da oben. Oh, na klar. So, da ist unser kleiner Schutzraum hier jetzt. Das war ein nettes Gespräch gerade eben. Der ist da oben. Der ist immer da oben und ist dort auch. Wird ihn da nicht schlecht. Ja, er guckt da nicht übers Geländer, wenn er ist. Das fand ich irgendwie lustig. Aber ich war gerade so konzentriert, um darauf eine Reaktion zu zeigen. So, da hoch. Na, guck mal hier. Was haben wir da? Mana. Sehr gut. Mana ist ja immer unser Mangelprodukt. Achtung! Angestellte des Dunwalltowers. Alle Neuzugänger haben sich sofort beim Offizier vom Dienst. Der Offizier vom Dienst. Was war das, was wir gerade eingesammelt haben? Verdammt, hab ich hingeguckt. Naja. So, da läuft ein Hampel. Da läuft noch ein Hampel. Der eine Hampel ist plötzlich weg. Der Hals da ist. Echt mal, wo ist der Hampel hin? Und der läuft jetzt hier nach vorne. Bis wohin? Da. Okay. Und der? Oh. Guckt jetzt da dämlich rum. Kratzt sich am Kopf. Streckt sich aus. Oh, das wird auch gerne mal wachen. Der läuft jetzt zurück. Was ist der in der Zeit? Sterb leise, Mann! So. Sehr gut. Das nehme ich natürlich gerne an mich. Das nehme ich natürlich gerne an mich. Das nehme ich natürlich gerne an mich.